Endlich kommt wieder YouTuber TTT. Die Aufnahmen, die ihr heute seht, sie sind zwar schon ein bisschen älter, dafür desto besser. Es gab insane Traitor-Runden, zusammen mit dem besten Traitor-Duo. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr TTT sehen wollt. Und dann wünsche ich euch wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Oh, okay. Ich werde abgeschossen. Oh, Epoch hat mir einen Eisenschat geschenkt und ich bin One-Hit. Epoch, 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 Epoch. Stopp, Epoch, 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 Epoch. Oh, okay. Okay, und? Man hört einfach von Space. Space ist tot, dann ist Epoch tot. Na, meiste, ah! Ah, nee, doch nicht, er lebt noch. So sehen. Ha, hu, na, ah, äh, er lebt noch, 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 ja. Hallo, hallo, ich höre nach euch, äh, 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 äh. Was ist euer Problem? Also, ähm, hallo? Fricks, ich sag dir mal was, schau mal, schau mal. Was soll ich tun? Oh, Meistergamer, Entschweck, 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 Entschweck. Meistergamer. Meistergamer. Meistergamer ist. Äh, Meistergamer und Space, dann, oder? Ja. Hä? Hä? Hä, ich cheques nicht. Warte, 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 warte. Wer ist da unten? Ich bin, ich bin, ja, ja, alles gut. Du hast Meistergamer getötet, oder? Oh. Nein. Äh. Äh. Äh, 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 äh. Oh Mann, ich hab den Schläper nicht. Safly, 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 evo. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Man, denu bringt mich um, ich... Hä? Junge, als ob du das Eis zuerst bekommen hast. Ja? Gewehr oder ich töte dich. Gewehr oder ich töte dich. Okay, Epoch ist... Epoch! Sperse, du bist schön, danke. Epoch! Wo ist der? Servo, ich lieb dich nicht, geh weg. Begehe ich's? Ja? Was wird das hier? Ich schenke dir Punkte. Wo ist Bess? Ich schenke dir Punkte, ich brauche mal neben mich. Das ist ne gute Idee. Warum schließt der einfach runter? Alles gut, der lebt noch. Ich wollte ihn nicht töten. Was? Wer hat sich gerade getötet? Erfur. Was? Krumm! Das ist das so komplett retort. Das ist Erfur, warum tötet er sich? Phoenix, wir sind die einzigen Innocents, jetzt ist das so komplett gegangen. Ich weiß, dass man irgendwie in Space is safe ist. Ah, Meistergamer ist... Hä? Hä? Yo! Was? Hä? Warte, da ist Phoenix, ne? Hallo! Es ist doch Phoenix! Ja, er war Twitter, er war Twitter, er war Twitter. Warte! Ja! Löh! Das ist cool! Ich klingel wie ein... Ich bin Detective und ich töte euch alle! Okay, lass Freaksteak töten! Junge, er will mich reinnehmen können. Ja! So, Leute! Jetzt gibt's das auf die Nase! Ich sag so wie's alles! Oh, oh, nee ey! Was? Hab ich gerade geschlagen in Luft, Erfur? Na? Ich hab eh auch geschlagen. Ey, ich hör hier Pfeil. Wer schießt hier? Ne, Meistergamer war schon richtig, Erfur. Jo, was? Hab ich Meistergamer gesagt? Wer hat hier den Detective von da geschossen? Erfur verfolgt mich schon wieder! Kann nur Space gewesen sein. Ja, eigentlich schon, ne? Es kann eigentlich nur Space gewesen sein. Wo ist der überhaupt? Ich hab auch gewusst, wie es ist. Random Kills werden. Oh, gib ihm, gib ihm! Nice try! Gib ihm, gib ihm! Er fällt auf dem Dach, oder? Ja, erfur! Ah, erfur! Ah, erfur! Ah, erfur! 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 Gib ihm! Ey, ahaha! Mach Erfur! Ich glaub, entweder muss Erfur sein, oder Erfur seine große Ehren macht. Erfur, was los hier! Ne, ne, ich hab nichts gemacht. Wie es seit dem eingeht. Wenn, wenn... Ja! Ja! Woher kommst du jetzt? Ich komme aus Schlumpfhausen! Äh... Bitte sehr! Auch, hallo! Bestimmst du das nicht? Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr! Du warst der Einzige, der hier... Warum seid ihr Schlümpfe blau? Weil wir saufen wie die Sau! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Da war keiner mehr hier oben! Nur du und ich wurde von hinten angeschossen! Warte, von hinten? Jaaaa! Ich hab nicht gefeiltet! Sicher? Von hinten! Jaaaa! Ey, dann war's Epoch! Wer schießt hier? Ne, Meistergamer war schon richtig erfre! Ne, was? Was? Was denn? Eposch war unten! Doch, schaut doch! Der steht doch da oben! Ich bin hier oben! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Doch, doch, doch! Das ist Epoch! Und was geht's denn überhaupt? Äh, Meistergamer ist, Meistergamer ist! Was labisch denn du? Da wird Phoenix gespielt! Ja, Phoenix ist da unten und versucht irgendwie Wasserkampf zu machen! Kann einer von hinten kommen oder so? Warte, warte! Kann einer von hinten kommen? Hä? Warte, warte! Ja, okay! Ich kann dir helfen, wenn du willst! Ja, komm! Micha, bist du wirklich? Du gehst dich auch von hinten erfre! Ich hasse dich so sehr, Junge! Ja, dann geh rein! Wo ist Space schon wieder? Ein Erfre! Du bist auch nicht wirklich! Du bist ein schön scheiße, Rita! Hä? Hä, wo ist Phoenix? Hä, wie ist der denn da hingekommen? Äh... Die Team einfach! Ähm... Moin, Meisterg! Der ist hier hinten? Oh, McDonald, here the farm! Hier, hier, farm! Ja, wo ist Phoenix? Was ist hier hinten los? Hä, er ist weg? Er ist Spaced! Spaced, man hört in deiner Stimme, dass du weißt, wo Phoenix ist! Stimmt! Und man... Man hört auch in seiner Stimme, dass er grinst! Die ganze Zeit! Hihihi! Und sich denkt... Hihihi! Ho, ho, ho! Bist du der Weihnachtsmann, oder was? Ich könnte sagen, das war... Das war... Das war ein Weihnachtsmann, das war ein Weihnachtsmann! Ich wollte dich an dich hitten! Das ist ein bisschen peinlich! Hä, Space? Ich... Ich hab zweimal in die Luft geschlagen, an sich wollte ich dich zweimal hitten! Und ich hab... Ich hab aber nicht getroffen! Oh, okay! Mein... Mein Aim ist aber schlecht! Ich hab dich genau im Blick! Ach, Mann! Wirklich! Können wir... Aber Phoenix auch! Weil der ist weg! Wo ist der hin? Ist der tot? Spaced, du bist hier hinter der Mauer! Oder... Was ist das? Du bist durchgehend gegessen hier! Bis ich dich irgendwann töte! Ich lauf so lange weg, bis du mich einfach nie wiederfinden kannst! Ich kann... So lange Freaks hinterher, bis er mich tötet! Freaks, ich bin jetzt schon weg! Was? War der Traitor? Ach, Phoenix ist schon tot! Nein, Phoenix lebt! Nein, Phoenix... Phoenix ist nicht tot! Wüsste ja! Wahrscheinlich hier! Irgendwo in den Kanakanten! Haha, jetzt hör ich dich! Auf dem Turm-Nash! Oh, das wäre jetzt sehr dumm, wenn du sein gehst! Komm mal vor! Ich kann nicht... Haha, also... Los! 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 Soll ich dich boosten? Ja! Mach mal! Oh! Oh! Jetzt hab ich die bessere Position! Aha! Oh mein Gott! Hey! Ich geh jetzt durch den... Alter! Was machst du hier unten, hä? Ich tue dir eher vor! Weil er Traitor ist! Warum? Weil er zusammen mit Phoenix Traitor ist! Ja, muss man! Warum? Wo ist denn Phoenix? Ja, ich such ihn gerade! Ja, da unten war er gerade! Also ich war gerade eben auch unten da! Also... Ich hab ihn nicht gefunden! Ja, aber soll ich ihn schlagen, wenn ich ihn sehe oder nicht? Oh, Jo! Warum willst du ihn schlagen? Er macht dich ziemlich verdächtig! Ja, er stellt sich halt tot, ne? Muss man sagen! Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das R von Phoenix sind! Außer Epoch ist es in Phoenix! Find ich mal eine Leiche oder so? Ja, der wurde wohl gegessen! Der Space glaube immer noch! Na, Space! Du bist immer noch nicht ganz sicher! Du bist eigentlich raus aus der Sache! Wirklich nicht! Aber dafür musst du mich erstmal finden, Fricks! Das glaubst du, Space! Dich bin ich so! Also Space ist unten beim Wasser so schwer, dass es nicht ihn zu finden! Ja, ja, ich weiß! Ja, weil ich lebe noch! Moin, Freunde, was geht aus? Oh, du warst nie weg! Juhu! Ich war kurz auf Toilette und hab einfach nur Togges nicht angemacht, was geht! Halt's auf! Jetzt wird grad irgendjemand getötet! Space war's nicht! Epoch war's! Meistergamer! Erfur und Meistergamer kommt da hoch! Ja, dann muss es Meistergamer sein! Ah, Meistergamer! Oder Felix! GTF, Digger! Ja, erfur und Meistergamer! Na, ist keine Reinegamer! Ehhhhhhhhh! Warte, 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 warte! Okay, also es sind auf jeden Fall Epoch oder Space. Es hat Freaks getötet zu 100%! Meistergamer! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! 100%! Epoch war's 100% nicht! Ja, wir waren zusammen da oben! Da warst du's halt! Kein anderer war da, wo er jetzt ist! Es können nur ihr beide sein! Freaks war Detektiv! Oder es lebt noch einer von noch einem 6er! Warte, warte, warte! Wenn die von unten kamen und da Freaks ist, dann ist ja obvious, ne? Es sind Epoch und Space, Jungs, wirklich! Es sind Epoch und Space, Jungs, wirklich! Es sind Epoch und Space! Ja, okay! Epoch und Space, warum Epoch und Space? Ja, das ist einfach zusammen schließen! Ja, 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 da ist er, da ist er, schau! Dann ist es, ähm, dann sind sie ja dabei! Okay, ist es wirklich da, wo Meistergamer und Erfur kamen? Ja, 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 ja! Es sind Meistergamer und Erfur! Nein! Ich nicht! Doch, 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 doch! Meistergamer und Erfur! Beide, beide, beide! Dann kämpft gegeneinander! Meistergamer greift nicht an! Erfur nicht! Schaden! Nein, lasst es doch, Mann! Hä? Was denn? Ihr wart beide da unten! Ich war's nicht! Ich war's nicht! Ah, du warst es nicht, aber du bist es auch! Also Meistergamer hat mich auf jeden Fall angegriffen! Ja, dann tut ihn doch einfach, Mann! Ja, war er? Oder ist er? Nee, warum sagst du nichts? Meistergamer war? Aha, klar! Dann muss es Erfur sein! Warte, warte, warte! Ja, Tigi! Tigi! Das war eine super Taktik, ja!